Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und viele Frauen vergewaltigt. Frau, komm! Es ist Ihre Pflicht zu helfen. Diese paar Minuten, was ist das schon? Sie sind überall. Wir sind jetzt russisch. Euer Blut ist auf unseren Uniformen. Ist gut so. Keiner von uns wollte Krieg. Wenn der Russe nur im geringsten das mit uns macht, was wir mit denen gemacht haben, lebt in Bälde kein Deutscher mehr. Alle meine Leute kennen Sie. Sie sind bekannt. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist. Sie hassen mich. Wieso? Sie haben mir nichts getan. Kommen Sie zu mir. Was wollen Sie denn? Ihre Gesellschaft. Ab jetzt werde ich selbst entscheiden, wer mich bekommt. Wie oft? Ja, Mann. Und du? Was heißt denn eigentlich, Verzeihung, haben Sie ein Wörterbuch? Für das, was der will, braucht er kein Wörterbuch. Auf uns. Prost. Ihr seid schamlos. Merkt ihr das nicht? Krieg verändert die Worte. Liebe ist nicht mehr das, was es war. Krieg verändert die Worte. 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 Untertitelung des ZDF, 2020